Hallo und willkommen zurück zu For The King. Wir machen dieses Mal, wie erwähnt, mal ein Spiel mit nur zwei Charakteren. Und da habe ich mir rausgesucht den Schmied und die Herbalistin. Ob das jetzt eine gute Wahl ist, weiß ich nicht. Aber der kann halt die Angriffe blocken und die kann für die Heilung sorgen, ohne dass man da zusätzlichen Gegenstand für braucht. Und jetzt gucken wir mal und hoffen wir mal, dass hier direkt mal ordentliche Gegenstände sind. Und in dem Fall sollte möglichst dieses Ding nicht daneben stehen. Oh, da ist dieses neue Ding, was ich freigeschaltet hatte, wo ich irgendwann mal beim letzten Spiel überhaupt nicht finden konnte. Das hier ist auf jeden Fall ziemlich schlecht. Wir haben mal nur eine Fackel, das ist gut. Dann kann der direkt die Fackel kaufen und anlegen. Normalerweise müsste der das ja jetzt sehen, wo er ist. Aber, ähm, dann machen wir halt hier einmal, ja. Okay, wunderbar. Oh, Gruppen-EP. Das ist ein schöner Start. Nicht so schön ist, dass ich jetzt hier in diese Stadt nicht mehr zurück kann. Den müssen wir direkt mal abmetzeln. Wir brauchen Erfahrung. Sammeln. 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 Aha. Wunderbar. Da haben wir plus zwei Max-Fokus, was nicht unbedingt das Beste ist, aber... Nehmen wir halt mit. Erstmal verballern wir unseren Fokus. Das ist eine volle Heilung, die brauchen wir gerade noch gar nicht. Dann machen wir halt das hier erstmal. Oha, okay. Markt. Ähm, eine Portalrolle für 18. Kaufen können wir hier, weil sowieso natürlich nichts. Hm. Ja, die Quest, die nehme ich nächstes Mal an. Nicht, dass ich da jetzt den Weg abschneide. Da könnten wir jetzt auch den Köter umhauen. Der würde aber die Biene adden. So, Herstbrett. Probieren wir mal. Gucken wir mal. Nein. Doch nicht da hinten. Okay. Dann... Sollten wir wahrscheinlich den hier platt machen. Gucken, dass wir da runterkommen. Äh... Sehr gut. Mhm. Mhm. Mh... Ah... Okay, dann greife ich mit der jetzt. Benutze ich das halt. Greif mal so an. Sollen wir die beiden nehmen? Ja, wir wollen ja quasi verwundet werden. Aber doch nicht so verwundet. Okay, wir... Gucken, dass wir... Ja, probieren wir hier. So, selbst wenn die... Naja, entweder der ist perfekt oder der macht wahrscheinlich acht Schaden oder so. Naja, dann würde das ja auch reichen. Naja, das war weniger. Achso, minus zwei wären sechs. Ja, okay. Naja. Ah, wieder so ein perfekter. Mh-hmm. Der hätte jetzt auch mal perfekt sein dürfen. Mh-hmm. Aha. Damit ist die... Der ist schon gestiegen. Äh, sammeln. Uuuuh. Wow. Das ist zwar ein Zweihand-Dingen. Aber... Denk... Da können wir, glaube ich, schon mitarbeiten. Sehr schön. Nur zwei. Ja, jetzt haben wir auch noch das... Äh... Na, wobei, die Fackel brauchen wir zum... Zum Exploren. Das hier ist Talent. Das müsste der also machen. Ja. Das Gelände ist dieses Mal aber scheiße. Und ich hatte auch nicht besonders viel Laufmöglichkeiten. Der hier hätte halt sterben müssen. Um da mal einen Aufschub zu bekommen. Ah, dunkle Höhle. Okay. Mh... Wird Sinn. Dann greifen wir das Ding jetzt an. Wird sonst nichts zu tun. Komm. Das war nix. Naja, er blutet, aber... Das hat sich, denke ich, gelohnt. Yes. Ja, mit der dunklen Höhle, das ist so ein bisschen ungünstig. Ich denke nicht, dass ich das mit der in dem Stand schaffen würde. Wenn wir den ersten Kampf überleben, würde es aber gehen. Probieren wir. Äh, vielleicht klappt's. Ansonsten, ich bin halt hier eigentlich schon zu spät dran. Danach wird die Höhle aber noch schwerer, von daher... Okay, Koboldklinge. Mhm. Ja, ja, weiter geht's. Ah, okay, die Gruppen sind hier kleiner. Würze des Gelehrten geklaut. So nicht, mein Freund. Und... Sauber. Sehr schön. Das Eier, das ist das, was wir geklaut bekommen haben. Da sollten wir jetzt die Gruppenheilung anwenden. Töten wir den. Na, die Fledermaus wäre wahrscheinlich bei dem jetzt klüger gewesen. Das, was die gemacht hat, hat jetzt eigentlich überhaupt keine Relevanz gehabt. Gut. Sehr gut. Gestiegen und geheilt. Sammeln. Bereit. Und damit sind wir durch. Öffnen. Wunderbar. Dietrich sammeln. Kirbys Hausschuhe. Gesundheitshiederherstellung. Gefrierimmunität. Perfekt. Drei Rüstungen. Dann machen wir das... Naja, der hat halt keine Hitpoints gerade. Giftimmunität. Fluchimmunität. Minus zwei. Mach mal trotzdem anlegen. Mhm. Sehr schön. Ja. Minus eins Chaos. Nehmen wir mal kein Leben. Ich werde schon nicht sterben. Ähm. Ja, ich könnte die Fackel... Hätte die Fackel anlegen sollen. Eigentlich. Mhm. Wir müssen schauen, dass wir möglichst schnell jetzt da hinkommen. Und der müsste sich auch noch heilen. Also das Ding benutzen. Ja, laufen wir mal zurück. Aha. Die Chance, das zu gewinnen, ist schon hoch. Schön. Hm. Das brauchen wir hier gar nicht. Dann hätten wir den immer noch über. Na, das hier könnten wir mit erkunden. Dann legen wir mal gerade die Fackel an. Was hatte der nochmal? Rohr. Noch immer das erste Ding. Ja. Ja, ist auch quasi wieder voll. Hm. Tja, wenn ich jetzt sehen würde, ob da ein Durchgang ist. Das hier ist vermutlich der Starke. Falls die unterschiedlich stark waren. Wenn ich mir das nicht eingebildet habe. Ja, da haben wir ja auch noch einen. Habe ich jetzt ganz vergessen. Vielleicht sollten wir da erstmal hoch und dann das ganze Zeug kaufen. Machen wir das. Nehmen wir hier die Streitachs wieder. Dann kommen wir ja hier auch wieder dran vorbei. Und können dann auch heilen. Sehr schön. Und die kann dann eigentlich ihre Pfeife ausbauen. Otsch. Otsch. Die Chance, dass einer in Anführungszeichen gefokust wird, ist natürlich jetzt noch mal umso höher. Weil es einfach nur 50-50 Chance ist. Der wird hier stehen bleiben und einen Punkt reggen. Machen wir hier jetzt auch ein bisschen anders. Da geben wir diese die Hausschuhe, die geben wir rüber. Anlegen. 3-3 Rüstung. Ja. Das sind auch nur zwei. Wird also auch angepasst. Womit der absolute Pech das absolute Pech natürlich auch sinkt. Weil dann nicht drei Leute einen fokussen können, sondern nur zwei. Hm. Sammeln. Aha. Müssen wir auch hier direkt wieder umdrehen. Oder der geht auch seine Pfeife verbessern. Dienste. Dienste. Jetzt können wir möglicherweise nicht mal alle Kräuter kaufen, aber... Dienste. Markt. Naja, können wir auch noch zwei kaufen. Achso, und wir könnten noch Zeug verkaufen, oder? Naja, eigentlich... Naja, wir haben zwei Sachen, die kaputt gehen dürfen. Noch fünf Gold. Wir werden hierdurch keine vier Gold bekommen. Also, ja, passt schon so. Ah-ha. Kommen. Hm? Okay, der hat jetzt nur noch 13. Der hat auch noch diese Hausschuhe. Anlegen. Top. Ein Echsenmann. Naja, wir müssen jetzt quasi zu dem runter. Ja, machen wir. Perfekt. Hm. Die sind jetzt erstmal ziemlich bösartig. Jawohl. Max-Fokus. So. Den hier sollten wir platt machen. Möglichst mit Hinterhalt allerdings. Ne, im Moment bin ich perfekt dran. Das macht eigentlich keinen Sinn, da jetzt den Hinterhalt zu verschwenden. Äh, die Lebenspunkte zu verschwenden. Ich werde jetzt hier eins weiter gehen, dass wir in der nächsten Runde schon angreifen können. Aha, wunderbar. Der hat jetzt diese Goblin. Ja. Ja. Komm. Ja, ja. Bla, 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 bla. Ähm. Der sollte jetzt sterben dann vor dem nächsten Mal. Harmlos. Ja, aber meine Rüstung ist halt jetzt auch schon durch diesen Fund ziemlich extrem. Schade. Na, okay. Schade. Hm. Die Wahrscheinlichkeit, dass die den tötet, ist jetzt sehr gering. Der kommt sowieso dran. Dann macht die das da drauf. Das geht zumindest voll durch. Jetzt brennt's einmal, der greift jetzt da an. Wir könnten eventuell... Okay, das hat mir nichts gebracht. Wunderbar, äh, sammeln, wissen, sammeln, bumm, bumm, so und jetzt kann man auch sehen, was ich beim letzten Mal ja schon meinte. Jetzt bin ich nämlich hier schon knapp vor zwei und die ist auf halbem Weg zu zwei und das kommt halt von dem Level viel besser hin, als wenn man mit drei Leuten rumläuft. Ähm, ja, als nächstes müssten wir den machen. Leider mit dem Würfel zusammen, vermute ich. Wir müssen in die Stadt, um diese Kräuter noch billig kaufen zu können, die werden danach teurer. Andererseits brauchen wir sowieso Geld auch um zu kämpfen, äh, um zu kämpfen, um den Kram zu kaufen. Ja, und die könnte ich ja theoretisch sogar damit noch boosten, also... Äh... Er ist ein LP. Dann wären wir da jetzt hin. Er ist halt ein bisschen ungünstig. Das ist aber auch zu schlecht, also greifen wir jetzt hier an, werden halt das Gift abbekommen. Und Feuer haben wir auch noch abbekommen, super. Das Gift können wir auch gar nicht verhindern, deshalb konzentriere ich mich da direkt auf den. Dann bringen wir den auch direkt um. Achja, die war ja Gift-Immun. Haha. Naja, so wird das aber auch nichts. Autsch, okay. Dann würde ich sagen, heilen wir jetzt. Fast wieder voll. Und weg. Wunderbar. Sammeln. Wow, klingt super. Anlegen. Markt. Die hier will ich eigentlich kaufen. Die könnte theoretisch auch diesen Schlagstock verwenden. Oder das Rohr. Äh, den Sperr, meine ich. Mh. Das hier gibt noch Geschwindigkeit dazu. Mh, naja, kaufen wir mal das hier. Oder wir machen, verkaufen. Moment. Ja, der ist. Könnten wir erledigen. Mal den jetzt noch hochziehen. Ne, wir kaufen Gottes Bad. So. Und dann geht's wieder nach unten. Wie kann dieses Feld noch unerkundet sein? Also. Aha. Banditenlager. Das ist auch zwei. Mh. Die sind drei. Ich glaube, selbst im Hinterhalten, oder? Ich glaube, selbst... Ich weiß gar nicht, ob das im Hinterhalt auch drei wären. Das wäre aber was, was ich versuchen könnte, die zu töten, um dann da hinzukommen. Statt da rumzulaufen, was auf jeden Fall ziemlich schlecht wäre. Drei ist jetzt natürlich auch Kappes. Oh, Stärke. Ja, wenn wir hier gerade sowieso nichts zu tun haben. Okay, zurückziehen. Da haben wir auch noch so ein Fokus-Ding. Plündern. Puh, sehr schön. Aha. Hinterhalt. Ich will nur gegen die Fledermäuse kämpfen. Und jetzt ist es auch nur eine. Tschirup, tschirup. 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 Sauber. Wir könnten die beiden auch noch einsammeln. Das ist Hirn. Das müsste die andere machen. Der ist für Stärke da. Ja, vielen Dank für den... Für nichts. Eigentlich hätte ich einen Gegenstand bekommen sollen. Sauber. Ein neuer Tag hat begonnen. Kultgerät. Ja, da komme ich später auch noch hin. Das macht, glaube ich, jetzt keinen Sinn, da hinzustürmen. Auf geht's. Ne, Moment. Eins müssen wir noch ändern. Wir... ...tauschen die wieder aus. Sie bringt ja noch zwei Rüstungen. Auf geht's. Dann los, greif mich an. Diese Rabauken nennen mich nicht wegen meinen vornehmen Manieren ihren König. Ja, gucken wir mal, ob wir den in der ersten Runde getötet bekommen. Zweimal treffen, bitte. Ja. Geschwindigkeit erhöht. Weiß nicht, ob das was bringt. Wahrscheinlich nicht. Naja. Naja. Machen wir lieber Schaden. Brauchen wir jetzt eh ein paar Runden, um da durchzukommen. Langsam, aber stetig. Ah. Das war ein bisschen viel. Naja, passt aber. Wir könnten jetzt hier einmal heilen. Ja. Ja. Sauber. Bekommen wir sicherlich wieder ein cooles Item, oder? Genau. Schadensreflexion. Das ist schon ziemlich... Ziemlich knorkel. Anlegen. So. Dann... Sollten wir wahrscheinlich zur Höhle. Oder zu dem da. Da gibt's ja jetzt auch keinen schnelleren Weg, als wieder zurückzulaufen. Tagebuch. Ich wurde durch die Klinge eines Skeletts verwundet. Die Wunde ist so ziemlich tief... Ist ziemlich tief und ich verliere zu viel Blut. Ich bete, dass die alle Tränke, die ich getrunken habe, mir bei einer Genesung helfen. Plündern. Ölt. Zuckergetränk. Zuckergetränk. Ursprünglich wurde dieses süße Getränk als potentes Gegenmittel gegen alle Leiden entwickelt. Heute wird es aber nur noch des Geschmacks wegen getrunken. Sammeln. Was auch immer das macht. Bei dem wäre es jetzt mit einer Fackel halt noch schön gewesen, dass er... Ach, das können wir direkt angreifen. Ach, das ist aber ja nicht das Lager, was eigentlich... Ja, wie das eigentlich geht. Ähm... Könnten wir aber trotzdem platt machen. Moment, ich nehme mal die Fackel wieder anlegen. Da haben wir nichts weiter gesehen. Dann nehmen wir wieder das hier. Und... Nehmen das Lager aus. Ja, okay. Blockt. Äh... Der nimmt den. Ja, mit diesen Banditendingen... Ist der Schaden jetzt auch ziemlich hart. Ähm... Sammeln. Dauerhaft plus 1 Rüstung. Benutzen. 14 EP. Sammeln. Was läuft denn da in 3 Runden aus? Das ist der hier. Okay. Passt doch. Und was war das? Und was war das? Und der Hinträtsel ist... Verlorene Vorräte. Mietbehälter. Ist das da? Ja. Muss ich da auch nochmal hin? Äh... Ja, erstmal gehen wir hier hin. Heilen. Passt. Und dann können wir den jetzt auch platt machen. Bring ein Opfer, um ein Leben zu erhalten. Eine Geißel zu verbraten oder ein Chaos... Oder Chaos zu verringern. Wir machen jetzt den ja kaputt. Kampf! Ja, minus 3. Ah, das ist nicht schön. Ähm... Machen wir das auf den. Ne, jedes Mal hat er nur 14 Schaden. Okay, ist doch egal wie... Ne, das ist 19. Okay, passt doch. Wir müssen aber trotzdem alles treffen. Hm... Und sammeln. Minus 1 Chaos. Abgeschlossen. Dann können wir auch als nächstes diese Hülle angehen. Dann nehmen wir das jetzt zum Heilen noch. Ja, wir gehen nochmal in die Stadt. Kämpfen uns hier durch. Na, aber den kriegen wir da jetzt nicht weg. Hexe. 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 Ne, machen wir den Stollen. Jawohl. Oh, zwei die Geld klauen. Potenziell. Die schaden sich selber. Genauso viel. Ja, fast genauso viel. So, jetzt kann er ruhig klauen. Der geht eh drauf. Na, tut er nicht. Easy peasy. Sammeln. Widerstand. Ausweichen. Wahrnehmung. Sehr gut. Bereit. Das könnte jetzt eine böse Kiste sein. Na, ist eine gute Kiste. Sammeln. Hexenfluch. Sehr gut. Sammeln. Ausweichen. Können wir gerade nicht brauchen. Sammeln. Das ist sehr gut. Anlegen. Zehn Rüstung. Ja, dann mal viel Spaß gegen diese Zehn Rüstung anzukommen. Ähm. Ja, nimmt er halt ein bisschen Schaden. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, das hier zu entschärfen. Juhuhi. Na gut, da habe ich Glück gehabt. Wieder zwei Gammelgegner. Könnt ihr da sowieso keinen Schaden machen. Dann. Gch. 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 Sammeln, 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 bereit. 13 und 15. Den hier sollte ich mit einer quasi 100% Chance zurückbekommen. Aha, Sammeln, Intelligenz. Ach so, 2 Widerstand. Ja, okay. Oh, 2 Rüstung, 4 Geschwindigkeit. Hm, mit Elite Fallen ausweichen. Der ist schon besser. Die Geschwindigkeit ist halt immer nett und da ist auch viel drauf. Hm, ja komm, nimm den. Die hat doch auch diese Schuhe an. Die hätte doch auch regenerieren müssen. Hm. Wir könnten jetzt da rasten, aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Wir machen denn... Wie viel bringen die jetzt? 14. Wir machen jetzt noch einen Kampf. Dann gucken wir mal. Okay, laden. Geld haben wir ja jetzt auch ziemlich ordentlich. 15, so günstig werden wir das auch nicht bekommen. Ähm. Die hat immer noch ihr Schrottdingen. Das hier ist ziemlich gut. Das hier ist ziemlich gut. Und ich... Es kann gut sein, dass ich den ja auch freigeschaltet hab. 50%... Plus 50% Schaden gegen Geister. Kaufen. Ist teuer. Aber der sollte sich lohnen. Anlegen. Und zusätzlich kann die jetzt auch noch... Anlegen. Und zusätzlich kann die jetzt auch noch... Schuhe... Können keiner mehr brauchen. Rüstung auch nicht. Naja. Dann kaufen wir mit dem restlichen Geld noch das hier. Behalten mal eins. Mhm. Naja. 17. Könnten das ja einfach mal trinken und schauen, was passiert. Okay. Nix. Du musst... Hölfst wahrscheinlich gegen Flüche oder so. Mh-hmm. Mh. Der macht Magie-Schaden. Ist also gefährlicher als der andere. Gegen physischen Schaden kann mir eigentlich nichts mehr... Passieren. Oh. Okay. Doch. Das hat noch reingezwiebelt. Aber... Jetzt haben wir so viel... Dass wir auch... Einen... Stufenaufstieg holen können. Aha. Bereit. Wie kann der denn da durch... Naja. Vielleicht durchbohrt der immer die Rüstung. Ähm. Naja. Die hat auf jeden Fall eine hohe Chance. Einen perfekten Angriff. Genau. Zu machen. Äh. 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 Auch gestiegen auf 3. Sammeln. Dauer auf plus 2 auf Ausweichen. Dann machen wir das hier noch höher. Bereits. Machen wir mit einschlagen. Macht nichts. Wir heilen wir sowieso gleich nochmal. Gruppenheilung, das riskiere ich nämlich nicht. Bereits. Oh, da haben wir dieses Mal 3. Da sollten wir vielleicht auch direkt den Fokus verballern. Rüstung ignorieren. Wobei das ja nur für sich. Macht aber auch Schaden. Der ist eigentlich harmlos. Der tötet sich wahrscheinlich selber. Plus das sind 8 Flächenschaden. Wenn es perfekt wird. Yes. Hm. Zack. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Widerstand. Entflammt. Holla. Aha. Ja, heilen wir. Na, Glück gehabt, dass das 13 waren. Und ich 12 oder so. Naja, der der Boss, der war ordentlich. Die anderen nicht so. 20 Erfahrungspunkte. Mhm. Wissen. Ah, das ist zum Verkaufen. Ja. Oh. Ja, ist nicht schlecht. Aber ich denke... Na, ich denke, das nehme ich. Drei Widerstand sind gut. Total. Sammeln. Ja, und dann ist es hier auch erstmal... Achso, wir müssen noch das Ding in da... Wie sagt der? 72 Prozent. Wird denn da gecheckt? Autsch. Ach, der Talent war das. Okay. Mh-hmm. Mh-hmm. Wunderbar. Wir müssen halt noch da hin. Aber dann können wir hier jetzt auf dem Weg diese ganzen Gammelgegner noch umfahren. Äh, auf jeden Fall ist es bisher so einfach, wie es noch nie war, was natürlich jetzt auch ein bisschen daran liegt, dass ich Glück hatte mit den Sachen, die ich gefunden habe. Aber ich würde auch behaupten, dass es grundsätzlich einfacher mit zwei ist, weil die Sachen, die ich jetzt gefunden habe mit Anrüstung beispielsweise, die kann ich halt einfach auf die Charaktere fokussieren. Und da alle Bonbons oder sowas, die haben halt eine höhere Wirkung, wenn ich die alle auf... quasi auch, wenn ich nur einen Charakter hätte, ja, wenn ich alles auf einen hätte und der jetzt zu dem Zeitpunkt einen 15-15-Wert hätte oder sowas, weil ich das sonst... Das ist natürlich jetzt übertrieben, ja, weil sich das sonst aufteilen würde, dann ist der halt unbesiegbar. Und wenn sich das alles verteilt, dann kriegt es halt jeder auf die Fresse. Also das ist schon ziemlich, ähm, naja. Nicht so gebalanced, aber dann sollten sie halt einen... Ne Info am Anfang vom Spiel machen, von wegen, bitte spiel das Spiel mit zwei Spielern. So wie das mit eins auch immer ist. Eins ist eine Herausforderung. Und drei ist auch eine Herausforderung. Was ein bisschen dämlich ist, aber... Gut, ja, hier kommt dann erstmal ein Schnitt und dann sehen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denn!